Was ich mir denn erreichen will, das ist, die Schüler einfach dazu bringen in dieser Materie Musik abzutauchen und um zu sehen, was man überhaupt damit machen kann. Und dass die irgendwann, wenn die fertig sind, einfach drüber stehen und einfach damit spielen können, als ob das ein Spielzeug ist. Und das ist eigentlich mein Ziel. Musik für mich, das ist halt mein Leben. Ich mag nur Musik und seit ich mich halt kenne, seit ich 15 bin. Und das ist halt einfach mein Leben. Das ist halt alles. Hobby, Beruf und alles. Musik 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 Musik